Neue Menschen in deinem Zuhause, ob Partner, Babys oder Besucher, bringen ungewohnte Geräusche und Veränderungen im Haushalt mit sich. Das kann die normale Routine deiner Katze stören. Deine Katze kann darauf gestresst reagieren. Die Pheromonentdeckung Fallyway Optimum kann deiner Katze helfen, mit diesen Veränderungen zurechtzukommen. Stärke den Fallyway Optimum Verdampfer vor der Ankunft deiner Besucher oder vor der Geburt des Babys in dem Zimmer ein, in dem deine Katze die meiste Zeit verbringt. Nutze den Verdampfer dauerhaft für mindestens einen Monat und idealerweise so lange, bis sich deine Katze an die Neuzugänge gewöhnt hat. Fallyway Optimum sorgt für mehr Ausgeglichenheit und hilft deiner Katze, sich an neue Menschen zu gewöhnen. Für ein glückliches Zusammenleben.